We see you doing that best! Let me... Let me live. Verteil die uns nicht jetzt hier. Hier oben steht Läufer. Ja. Ja, pass auf, dann mach ich jetzt... Läufer ist der, der immer den Wagen fährt und der Verteilte, als der den fährt. Ja, du, ich bin aber mit Elli noch in einem Team. Ne, jetzt nicht mehr. So, jetzt muss Balkonkönig rüber zu Felix. Einfach auf ihn gehen. Und dann Team beitreten. Oh, ich bin jetzt Läufer. So, ich bin jetzt Eingang. Ah, jetzt ist er, ja, ja, genau. Jetzt passt es. So. Ich hab jetzt Köpfe. Oh, göttlich, ey. Halt mal diese doofen Masken von dem blöden Werwolf. Die ist voll hässlich. Geht doch. Ich muss fahren. Jo, ich bin im Weißen. Ich muss das nicht tun können. Also voll rein Felix, ne? Mhm. Denk am Sauberfahren und wirklich hinten an der Achse treffen. Dann braucht er gleich einen Tüdel. Ach. Ach hier, jetzt weiß ich ja genau das mit dem Gefängnis, ne? Ja. Kann man da nicht so fahren wie ich. Oh. Danke. Okay, ab jetzt ist es scharf. Okay, die kommen von hinten. putzt dir nicht. Hier ist es zu. Ich guck mal ihn durch. Wie finde ich das? Ich guck mal ihn durch, ich bin nicht weg. Dann bin ich weg. Wir gucken, ich bin weg. Ich guck mal Tüdel. Komm, gib Gas, gib Gas, drück ihn irgendwo gegen. Ach, Scheiße. Wer knistert denn da so laut, Alter? Oh, bitte. Chips. Ist das dein Schlüpfer, der so knistert? Oha, ein Knisterschlüpfer. Der ist bestimmt aus Esspapier. Das war ja wohl nix. Komm, das machen wir jetzt auch so. Machen wir jetzt. Platt machen wir sie. Platt machen wir sie. Platt. Ja, Lappen. Lappenz, ey. Achso, ich glaube, ich bin... Oh, ich darf sogar den... Du darfst heute mal den Truck fahren. Ja. Yeah. Voll die Mucke. Run away, run. Run. So. Gas, ne? Gas. Komm. Ja, ja. Lass ihn kommen. Stink, Alter. Bleib mal dran, ne? Ja. Ey. Ja, ja, ja. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Nein, so ein Scheiß. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's auch nicht. Ja. Schüss. Ja, aber war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Hat gar nicht so schlimm. Hat gar nicht mehr getan. Keiner. Boah, da randt wir nicht an. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Pass auf, Florian, komm. Ja, lass ihn kommen. Oh, scheiße. Shit, das ist krass, ey. Nein! Okay, wo seid ihr? Komm. Ah, da seid ihr, alles klar. Oh, scheiß Banshee. Danke. Scheiße, ey, kacke, ey. Nein! Jawoll, Kimi. Jawoll! Kimi! Was ist denn da? Wo ist er denn? Da. Komm, komm, halt ihn mir vom Leib da, Felix. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, scheiße. Ah, Mann. Sind wir noch nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, geil, geil. Oh, nee, ey. Das ist... Bis jetzt der beste... Richtig abwegseln, Leute. Da ist die Karre schon demoliert, ey. Da ist die Karre schon demoliert, ey. Da ist die Karre schon demoliert, ey. Hör mal rein, die Furchen. Alter, gib der Gase. Der zieht schon oben, halt. Der zieht schon oben, halt. Der zieht ja gar nicht mehr. So, hab ich geflogen, ja. Hau dich schön mal weg da. Immer schön weghauen. Ey, der zieht schon voll rüber. Weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Aufs Ziel zu. Ach, scheiße. Mach nix. Komm, wir kriegen mal. Wo ist er denn? Komm, wir kriegen mal. Wo ist er denn? Vor mir. Das ist so geil, ey. Oh, voll vorbei, ey. Wie der Arsch sich wegdrehte. Oh, ich häng fest. Elf drücken. Ja, ja. Jawoll. Oh, ich häng fest. Das ist so geil. Ach, das ist so geil. Ach, das ist so geil. Ach, das ist so geil. Jawoll. Jawoll. Der fährt weiter. Das gibt es sich, ey. Ey, guck dir den Wagen an, der ist schon völlig im Arsch. Boah, ich kann den gar nicht mehr lenken. Jawoll, sauber. Dreh sich. Bis auch, dass er nicht rückwärts fährt. Das gibt es doch nicht. Ist auch an dich wissen. Oh, sorry. Jawoll, Felix, hau da rein. Oh, Mann. Pause weg, Felix. Ich bin dabei. Ich rutsche mal selber weg hier. Nein. Ah ja, das gibt es nicht, ne? Jawoll, halt, nein. Das geht nicht, ey. Du stoppst ihn nicht, ey. Ja, voll. Was war das denn, ey? Wir sind gegen Laterne gefahren. Das ist aber ein schönes Arsch, ey. Das war echt gut, ey. Das war echt gut, ey. Das war echt gut, ey. Das war echt gut. Das war echt gut, ey. Deswegen, da war er ja so im Arsch, ey. Um die Kurve, das war grauenvoll. Okay, es steht 1-1. Rückrunde. Jetzt müssen wir noch mal euch verfolgen, ne? Ja. Ich hoffe, ich muss die Laster nicht fahren. Ich kann das gar nicht, ey. Hahaha. Doch, wie gesagt. Ich muss mich jetzt schon wieder kaputt lagen, Alter. Alter, ey. Aber behakt, ey. Wie gesagt, die Karre war dermaßen im Arsch. Du musst mal schön hinten rein, so reinziehen, so. Von außen mal schön reinziehen. Oh, schön von außen mal reinziehen, da. So, Felix, komm jetzt. Okay, ich bin im Pkw. Ja. Weg. Weg. Pürusköpfe hier. Pass auf, Danny ist da hinten schon. Ey, was machst du denn da? Ja, du fährst auch direkt vor mir. Du siehst doch, dass ich da beschleunige, sorry. Bist du auch schön. Jetzt ist die Bombe scharf. Hä, du kannst... Jetzt kann ich. Oh, hübsch auf. Muss man bis jetzt gucken, muss ich schauen. Was ist denn jetzt? So, jetzt bin ich da. Was soll das denn? Was ist das denn? Ich komm gar nicht an mich ran, ey. Was ist da los? Boah. Tschüss. Boah, das hängt hier fest. Boah, ich häng voll hinterher. Ich komm gar nicht hinterher. Echt nicht. Komm, Felix, ran, 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 hinten am Arsch. Oh. Mann, jetzt lass mich da vorbei. Oh. Ich versuch dich einzuholen. Oh, überall fahr ich gegen, ey. Scheiße. Oh, Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier? Oh, ey. Scheiße hier. Sag mal, was geht denn hier ab, ey. Aber wieso fahr ich denn immer gegen, ey? Ja, wieso nicht? Ja, weil ich kann, oder was? Das ist ganz toll. Wo ist er denn jetzt hier? Jetzt bin ich total falsch gefahren, hier. Ey, sag mal, ich fahr überall gegen. Ja, ich auch. Da, schon wieder. Einfach wirst du, du wirst gegen irgendwelche Sachen geportet hier. Das war echt komisch. Komisch. Überall gegen genockt. Keine Ahnung, was da ist. Flüchtige Ausreden. Ja, nix Flüchtige Ausreden. Voll die Schlafanzug Hosen, ey. Fortfahren. Das war ja komisch. Ja. Ja, wahrscheinlich geleckt oder so. Ja, manchmal ist das so. Weil du hostest das ja, ne? Ne, ich bin doch einfach ganz normal. Also, das war früher auch nicht so. Mann, hier, mach das. Mach das, Mann. Mach das. Ne, nicht Regen. Ja. Ja, da hast du aber glaube ich gar keine Chance. Also, Verteidiger bin ich jetzt. Mit Regen kannst du kriegen. Ja. Ist der Schlitterpart hier, ey. Okay, ich bin im Elde. Okay. Wir sind beide im Elde. Oh, Felix. Dann, ja. Ich bin hinter dir. Ein vernünftiges Auto hier. Ah, das Ding. Alles klar. Ja. Ja. Da steh ich immer ein bisschen ab. Wer ist denn jetzt vorne in dem Auto da? Der Stockade, Felix, ne? Ich bin hier vor dir jetzt gerade, ja. Ja. Nee. Dann bist du mit Florian zusammen. Hä? Ja, Danny. Ja, war nichts für mich bei mir. Okay. Alles klar. Wie ist das denn passiert? Wieso mischt er denn jetzt die Teams? Hat er aber vorher nicht gemacht. Wiss ich nicht. Boah, der Penner, das macht er jedes Mal, ey. Ja, das weißt du doch. Nacht ist das aber cooler. Ich bin schon mehr verkehrt. Das sieht schon cool aus. Wenn du auch in Richtung New York reinfährst, Alter. Alter, bist du schnell, ey. Ah. Nein, Alter. Geiler. Boah. Ich bin auch runtergeflohen. Er lässt sich geiler fahren, ja, ja. Oh, sie sind ja die Geiler. Verdammt. Was ist denn hier? Ja, nein, 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 nein. Alter, der drückt mich. Vergesse es mal. Nein. Nein. Oh, der konnte nicht mehr. Oh, der konnte nicht mehr. Bäm, Jemmel, jawoll. Sauber. Wie gesagt, das ist manchmal echt schwierig. Ja, der kommt ja so schwer wieder in Gang, ne. Das ist ja das Problem. Ja, du musst gucken. Du kannst rückwärts fahren. Ich wollte vorwärts machen, aber das ging gut. Du kannst kriegen. Ja, wenn du rückwärts erstmal in Gang bist, dann musst du fahren. Fahren, fahren, fahren. Fahren, fahren, auf der Autobahn. Die fangmen. Ja, 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 ja. Okay, ich bin im Pkw hier. Ich muss Truck fahren. Voll der Hexenkopf. Ich bin im Jäger-Team bin ich. Ja, ich auch. Hast du dich nachts gemacht? Warte, lass mich mal vorbei. Häng dich mal an mir ran. Dann kriegen wir die gleich. Ich bin von der Seite und du haust von der anderen Seite rein. Oh, scheiße. Meine Motorhauke ist schon weg. Und meine auch. Hau ab da. Oh scheiße, ich hab mich verfahren. Ist doch egal, kannst du. Wir gehen weg. Ich komm nicht mehr weg. Ich komm nicht mehr weg. Nein, Alter. Schön ins Rad gequenzt. Ich dachte, der ist schwieriger zu fahren. Okay, jetzt. Ich finde ihn nicht eigentlich. Das geht. Rückrunde. Ja, oh Gott. Ja, ja, ja. Badabab, badabab. Das dauert echt lange, bis der so lädt, ne? Ja. Komplex vergrafikt. Ich hab das schon auf der SSD liegen. Ich nicht. Ne, ich nicht. Oh, ich bin wieder im Verteidigerauto. Hä, zwei, sieben Runden? Ja, wir sind immer noch zwei von sieben. Und wir sind jetzt in der dritten, in der dritten Runde. Ne, ich mein sieben Runden, das kann man nicht sagen. Doch, sieben Stück. Echt? Ja. Weil wir haben mit sieben gestartet, dann sind wir rausgeflogen, dann hast du zwei gelöscht und dann hatten wir noch fünf. Ah, ich weiß nicht. Geht schon her. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Geil. Ich bin wieder weg. Lalalalalalala. Ah, ich, dieit ist riesig. Oh, ja, ja. Jucharist. Und so clothesnig. Schhalf. Alter, dreh, 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 gib das! Gibt es doch wohl nicht, ey! Ey, das war haarscharf, das war haarscharf. Oh, hörde weg. Ja, weiß ich. Oh, auch ging die Mauer da. Genau wie Daniel. Aber es zuppelt auch wieder, nehmlich. Oh, Mann, ey. Schaffer. Oh, Alter. Oh, das kann doch nicht sein, ey! Oh, tu auch für Belieb. Keine Uhr zur Chance, glaub's ja nicht. Alter, der Wagen schlittert. Boah! Ich schieße die Beine weg. Oh, das gibt es doch nicht, ey! Oh, okay! Oh, was ist das? Hat er gefunden? Scheiße! Das gibt's nicht, ey. Fuck you! Fuck you! Du musst einfach nur schwenken ins Hinterrad, so an der letzten Ecke und den immer drücken. Aber du kannst auch gegenlenken, ne? Du kannst auch mitlenken. Wenn du denn dann einer von der Seite drückt, fährst du einfach in die Kurve, dann kann er drücken wie er will, dann passiert nichts. ARD Text im Auftrag von Funk